Herzlich willkommen hier bei uns im GOMS. Ich bin Cornelia Winkler, habe ein Beratungsbüro im Energiebereich und möchte euch gerne zeigen, wie man mit einer einfachen Installation Energie einsparen kann. Wir sind hier in unserem GOMmerstube. Es ist angenehm 21 Grad warm. Gestern um diese Zeit wäre es hier noch nicht so warm gewesen, dann wäre es 6 Grad gewesen. Wir haben uns aber entschieden für das Wochenende, hier zu langlaufen. Und diesen habe ich mit dem Handy, mit der Applikation hier drauf, die Temperatur auf 21 Grad eingestellt und das hat die Zwischenzeit wunderbar aufgewärmt. Nach der Installation haben wir mal im Winter vorher, nachher angeschaut und doch festgestellt, dass wir noch mal ein Viertel des Energieverbrauchs reduzieren konnten und das, obwohl wir vorher schon immer in Abwesenheit auf 10 Grad runtergeschalten haben. Einen zusätzlichen Nutzen empfinden wir, dass wir keine Nachbarn bemühen müssen, dass sie vorbei kommen, die Heizung hoch oder runterzuschalten.